Hallo, ich bin Christian, Produktentwickler aus dem Mellerut-Team. Dieses Mal stelle ich euch die Anwendung des Mellerut-Kamin- und Ofen-Lasweiniger vor. Zunächst prüfen, ob die Scheibe abgekühlt ist. Anschließend aufspülen und kurz einwirken lassen. Mit Schwarm nacharbeiten und Schmutz aufnehmen. Anschließend mit sauberem Tuch nachpolieren. Durch den langhaftenden Aktivschaum wird auch Eingebranntes kraftvoll und schnell gelöst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020